Moin Moin und herzlich willkommen zum nächsten Van Ausbaututorial für den Fiat Ducato. Ihr seht, ich habe heute eine Wagenburg aus Pappkartons gebaut und die sind alle gefüllt mit diesem wunderschönen Stoff. Das ist Amaflex, das macht warm und dann wisst ihr auch worum es heute geht. Es geht ums Thema Dämmung und Isolierung im Campervan und das ist ein super komplexes Thema, in dem man technisch gesehen sehr tief reingehen kann und wie ihr das von mir kennt, werden wir das auch ein kleines bisschen tun. Es gibt also einen relativ großen Theorieteil diesmal, in dem wir alles dazu besprechen, welche Dämmmateriellen gibt es, welche Kennzahlen sind dabei zu beachten, was ist wichtig, muss ich überhaupt dämmen, warum dämmen wir überhaupt, wie sieht es aus mit Kondensation im Fahrzeug, Kondenswasserbildung, was ist ein Wasserdampfdiffusionswiderstand und wir schauen uns an, was passiert in Hohlräumen, wie zirkuliert Luft im Camper. Da schauen wir also relativ technisch auf die ganze Sache und am Ende zeige ich euch natürlich auch, wie ich das Zeugs dann an die Wände im Camper bekommen habe und wie ich gedämmt habe insgesamt. Ebenfalls, wie viel hat mich das Ganze dann am Ende gekostet und warum habe ich diesmal zum Beispiel nur ArmaFlex verwendet und keine Scharffolle wie im ersten Ausbau? Kapitelmarken findet ihr unter dem Video, sodass ihr dann zu dem wichtigen Spot springen könnt, der euch interessiert. Ja und jetzt habe ich schon so ein bisschen gespoilert, ich habe ja schon mal einen Van ausgebaut, den Ford Transit und da gab es auch Videos dazu. Da habe ich auch nochmal, ich glaube 35 Minuten langes Theorie-Video gemacht, 20 Minuten Praxis-Video, da sind schon jede Menge Informationen drin. Da gehe ich sogar nochmal ein bisschen tiefer rein. Ich habe versucht jetzt die Informationen so ein bisschen zu kondensieren und wenn ihr euch aber noch weitergehend mit dem Thema beschäftigen wollt, schaut auch auf jeden Fall bei den Videos mal vorbei, ich verlinke die euch hier oben. So und warum ich mich jetzt hier für diesen komischen Stoff entschieden habe und warum ich den für eine gute Möglichkeit zum Isolieren im Camper halte, das schauen wir uns jetzt einmal im Theorie-Teil an. Zuallererst schauen wir uns mal an die Dämmmaterialien. Es gibt einen wichtigen Kennwert für die Eigenschaft eines Materials gut zu isolieren und das ist die Wärmeleitfähigkeit. Die gibt quasi an, wie einfach Wärme in Form von Energie einen Stoff durchdringen kann und es ist angegeben in Energie pro Meter pro Kelvin. Also wie viel Energie quasi durch einen Meter dieses Stoffes gehen kann, bis sich die Temperatur um ein Kelvin, also ein Grad, ändert. Und da gibt es so einen schönen Wert, den kann man sich dann entsprechend anschauen. Je niedriger dieser Wert ist, umso weniger gut leitet das Material die Wärme, umso besser ist er also als Isolator geeignet. Man eicht das Ganze bei 0 Grad und schaut sich dann an, wie das für die verschiedenen Stoffe sind. In unserem Fahrzeug, das besteht hauptsächlich natürlich aus Stahl und Aluminium, Metalle, die sind sehr gute Wärmeleiter. Das heißt, sie transportieren die Wärme sehr, sehr gut von einem Punkt zum anderen. Bei Glas wird das Ganze dann schon weniger. Wasser, Holz seht ihr, ist auch kein schlechter Isolator. Deswegen kann man das auch durchaus nehmen. Es gibt ja auch Holzhütten, die gebaut werden. Kork ist auch ein Dämmstoff, der natürlich ist und gerne genutzt wird, in so, sag ich mal, ökologischen Ausbauten. Kork hat aber einen Nachteil und den kommen wir später noch mit dazu. Wolle 0,035 und dann kommt Amaflex, dieser Kautschuk-Isolator, den ich auch schon im letzten Ausbau genutzt habe, auch dieses Mal wieder benutzt habe. Der ist ein ziemlich guter Isolator, also er leitet die Wärme sehr, sehr schlecht und genau das wollen wir da haben. XPS, PUR, das sind so Kunststoffe und ihr seht auch Luft. Also Luft an sich ist auch ein sehr, sehr guter Isolator eigentlich. Jetzt könnte man sagen, ja, dann brauche ich ja gar kein zusätzliches Dämmmaterial. Ich dämme einfach mit Luft. Das Problem an der Luft ist, sie bewegt sich und überall da, wo sich Luft bewegen kann, dort gibt es Konvektionsströme. Also Konvektion bedeutet, dass Wärme quasi über diese Luft transportiert wird und deswegen eignet sich Luft nur dann als Isolator, wenn es eingeschlossen ist und sich nicht bewegen kann. Und das ist zum Beispiel bei diesem Amaflex so, das ist nämlich sogenannt geschlossenporig, also da gibt es viele kleine Poren, die sind geschlossen, das heißt, da kommt die Luft nicht raus, die dort drin ist. Und deswegen soll man zum Beispiel solche Stoffe wie Amaflex auch nicht so dolle drücken, weil sonst die Luft quasi rausgeht und die Isolationswirkung nicht mehr ganz so groß ist. Weil dieses Amaflex ist relativ quietschig, sage ich jetzt mal, das kann man immer so ein bisschen drücken und das ist sehr gut auf der einen Seite, weil ich es gut anpassen kann. Ich darf es aber auch nicht zu sehr quetschen, weil sonst diese Wärmeleitfähigkeit eben erhöht ist. So, das dazu. Und wenn wir das wissen, dann weiß ich, okay, für mich ist Amaflex einfach eine gute Möglichkeit. Man könnte aber auch zum Beispiel Wolle nehmen, man könnte auch Kork nehmen. Warum ich mich dann am Ende wieder gesagt wieder für Amaflex entschieden habe, kommen wir dann gleich noch mit drauf. Es gibt nämlich noch weitere Kriterien, die wichtig sind. Natürlich der Preis. Es gibt zum Beispiel auch ganz hochmoderne Vakuum-Isolatoren. Das sind dann so Luftkammern, wo aber keine Luft drin ist, sondern Vakuum und die isolieren noch viel krasser, aber können wir uns natürlich nicht leisten, das in unserem Campervan entsprechend einzubauen. Die Brennbarkeit ist natürlich auch so eine Frage. Und da gibt es sogenannte Brandschutzklassen, in denen das eingeteilt wird. Und Amaflex zum Beispiel brennt nicht sehr leicht. Wenn es aber einmal brennt, dann gehen giftige Gase raus, weil es eben aus Kautschuk ist. Und Kautschuk ist ein aus Erdöl gewonnener Stoff. Der ist also synthetisch hergestellt. Es gibt auch natürliches Kautschuk. Aber dieses Zeugs ist synthetisch hergestellt. Und wenn es dann einmal brennt, dann sind das natürlich so Sachen, ich sage jetzt mal so, wenn es brennt, sollte man sowieso nicht in seinem Camper sein. Aber das sei dazu mitgesagt. Dann natürlich kommt man an die Stoffe ran. Verfügbarkeit. Ökologie. Wie sieht es aus mit der Herstellung? Kork zum Beispiel. Nachwachsender Rohstoff. Wird aber auch zum Beispiel in Portugal in so Kork-Eichenwäldern hergestellt. Und muss dann auch erst nach Deutschland gefallen werden. Holz muss natürlich auch transportiert werden. Wolle. Wenn man es jetzt von Schafen zum Beispiel nimmt, wie ich es im ersten Ausbau auch mit Schafwolle gedämmt habe. Dann ist das zum Beispiel ein sehr, sehr guter Rohstoff, weil der nachhaltig produziert werden kann und nachwächst. Plastik. XPS, PUR. Das ist natürlich dann auch wieder die Frage. Lässt sich nicht biologisch abbauen. Müssen wir aber auch ganz ehrlich sein. Wir bauen einen Campervan aus. Mit dem wollen wir rumfahren. Da werden wir Sprit verbrauchen. Also über die Ökologie bei so einem Camperausbau zu sprechen, finde ich immer so ein bisschen schwierig. Weil der Lifestyle ist natürlich ganz cool und wir wollen naturverbunden sein. Aber das, was wir dort an Mitteln aufwenden, ob das so wirklich alles ökologisch immer ist, muss man sich natürlich ehrlicherweise diese Frage stellen. Wenn einem das also super wichtig ist, muss man sich überlegen, ob man überhaupt einen Campervan braucht. Naja. Genau. Dann die Dampfsperreigenschaft. Da kommen wir im letzten Punkt nochmal mit drauf. Das ist quasi die Frage danach, wie gut Wasser und Wasserdampf durch dieses Material durchgehen kann. Und das Gewicht. Wenn wir besonders schwere Sachen haben, dann kommt das natürlich wieder in unserem Campervan zu Problemen, weil wir ja nur eine gewisse Gewichtsbegrenzung haben. Das sind also alles Sachen, die man sich im Hinterkopf behalten muss, wenn man sein Dämmmaterial aussucht. Nächster Punkt. Warum denn überhaupt dämmen? Muss eigentlich jeder dämmen? Reicht das nicht eigentlich, wenn wir einfach die Heizung anschmeißen? Jedes Fahrzeug besteht in erster Linie erstmal aus einer richtig schönen Blechmetallschicht außen herum. Wir haben gerade gelernt, es ist ein guter Leiter. Das heißt, die Kälte von außen kommt sehr leicht rein und die Wärme von innen geht auch sehr leicht wieder raus. Das heißt, wenn ich es dort warm mache, muss ich natürlich mehr heizen, als wenn ich das Ganze isoliert habe. Die ganze Wärme geht überall raus. Glas, haben wir gesehen, ist schon mal ein besserer Isolator, aber immer noch nicht gut. Selbst wenn ich jetzt meinen ganzen Innenraum dämme und lasse das Glas vorne so wie es ist, weil ich kann es ja nicht bekleben oder isolieren in irgendeiner Art und Weise, wird über die Fenster immer viel Wärme verloren gehen bzw. Kälte von außen reinkommen. Das ist ja ein und dasselbe, es tauscht sich dann quasi nur aus. Wir müssen also drei Sachen machen. Wir müssen einmal die Wärme erhalten, wenn wir das wollen. Wir müssen Kältebrücken vermeiden und wir müssen Kondensation verhindern. Darum dämmen wir. Wenn ich jetzt nur im Sommer unterwegs bin und ich fahre nur an warme Orte und es ist für mich voll in Ordnung, in meinem Fahrzeug einfach im Schlafsack zu pennen, dann brauche ich auch nicht dämmen. Das ist kein Muss. Aber wenn ich halt im Herbst, Frühling unterwegs sein will und ich will halbwegs angenehme Temperaturen in meinem Fahrzeug haben, ohne ständig die Fenster offen zu haben, denn man muss auch sehen, die Feuchtigkeit, die wir durch Atmen im Fahrzeug oder durch Kochen im Fahrzeug generieren, die schlägt sich halt im Fahrzeug nieder. Das heißt, ich muss sowieso ja auch irgendwie die Fenster aufmachen, um das Ganze ein bisschen rauszubekommen. Und wenn ich keine Wärme im Inneren habe, dann bekomme ich später Probleme mit Kondensation. Und da kommen wir jetzt gleich noch mit drauf. Also zum Wärmehalt nochmal, wenn ihr in Minusgraden unterwegs sein wollt, werdet ihr ums Dämmen nicht herumkommen. Ein weiterer Vorteil ist das auch im Sommer, der Innenraum länger kühl bleibt. Irgendwann wird es dann natürlich warm, dann müsst ihr entsprechend wieder über die Fenster lüften. Aber in den Morgenstunden hat man das viel angenehmer noch, wenn sich die Temperaturen im Innenraum angeht. Ich habe mich zusätzlich noch für eine Trennwand dann entschieden, um halt das Problem mit den Fenstern, weil ich die nicht isolieren kann, diese große Fensterpartie vorne im Fahrerhaus, die kriege ich einfach nicht gedämmt. Da wird immer dieser Wärmetransfer da sein. Deswegen Trennwand abisolieren. Das macht auch einen riesengroßen Unterschied. Man kann auch statt einer Trennwand einfach irgendwie so einen isolierenden Vorhang zum Beispiel nutzen. Das geht auch. So, das zum Wärmehalt. Wir dämmen auch, um Kältebrücken zu vermeiden. Das ist der nächste Punkt. Was ist mit Kältebrücken gemeint? Wir haben unser Fahrzeugblech und diese Seite soll jetzt mal außen sein und hier ein Ausschnitt quasi von innen. Wenn wir das Fahrzeugblech dort haben, guter Wärmeleiter, wie gesagt, dann wird die Kälte immer von außen nach innen entsprechend abgegeben und dann über diese Wärmeleitung in den Innenraum gegeben und da wird es dann kalt. Ganz logisch. Deswegen dämmen wir das Ganze. Wir machen eine dicke Dämmschicht dran. Wie dick die ist, erzähle ich dann auch nochmal später. Aber wir wollen grundsätzlich erstmal alles für unseren Innenraum dämmen, sodass die Wärme, die wir hier im Innenraum durch eine Heizung erzeugen, drinnen bleibt. Jetzt habe ich aber das Problem, ich möchte ja meistens in meinem Fahrzeug noch nicht nur die Möbel einfach aufstellen, sondern vielleicht auch ein paar Hängeschränke anbringen. Das heißt, ich brauche Holz, was ich irgendwie festmachen muss. Und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, wie ich das mache. Ich kann das möglicherweise auch verkleben. Ich kann das aber natürlich auch schrauben, was vielleicht auch einfacher ist und dann kann ich es auch wieder irgendwann mal abnehmen. Ist wieder zurückbaubar. Wenn ich dann aber jetzt so eine Schraube hier reinmache, die Schraube ist halt einfach auch aus Metall. Und dann habe ich diesen Kältetransfer, der quasi durch das Fahrzeugblech, durch die Schraube dann in den Innenraum geht. Und an dieser Schraube wird es immer kalt sein. Das ist jetzt natürlich nicht super viel, aber kommen wir im nächsten Schritt dann da drauf. Es kann eben dort an diesen Stellen zur Kondensation kommen, weil diese Schraube, die wird immer kalt sein. Wie ist eine Möglichkeit, dass ich irgendwas verschrauben kann und nicht mit diesem Außenblech gleichzeitig in Kontakt bringe? Weil das wollen wir ja verhindern, dieses freie Blech. Das geht, indem wir zum Beispiel eine Zwischenkonstruktion anbringen. Indem wir zum Beispiel so Zwischenkonstruktionshölzer an die Decke kleben oder an die Wände kleben. Und dann nochmal eine ganz dünne Tape-Armor-Flex-Schicht zum Beispiel aufbringen. Wer das Bodenvideo gesehen hat, der weiß, dass ich das an der Stelle schon gemacht habe. Das sind quasi diese Gründe dafür. Und dann kann ich, wenn ich irgendwann Holz draußen befestigen will, irgendeinen Schrank oder was auch immer, kann ich entsprechend einfach mit meiner Schraube da durchgehen und in dieses Zwischenholz reingehen. Und wir haben ja auch schon gehört, dass Holz ein ziemlich guter Isolator ist. Deswegen ist es gar kein Problem, wenn zum Beispiel das Holz dann an diese Außenwand, diese Blechaußenwand mit rangeht. So, jetzt habe ich die ganze Zeit schon von Kondenswasser geredet. Was ist denn das jetzt, dieses blöde Kondenswasser? Und warum ist das ein Problem im Van? Dazu schauen wir uns diese Grafik an, nicht erschrecken. Was hier zu sehen ist, ist einfach nur auf dieser Achse, wie viel Wasser enthält die Luft und hier die Temperatur. Und dann gibt es verschiedene Kurven. Und diese 100%-Kurve, das ist für uns das Relevante, weil das ist diese Kurve, die uns sagt, wie viel Wasser kann die Luft aufnehmen, bevor das Wasser quasi gesättigt ist. Deswegen heißt es auch Sättigungskurve und die Luft dieses Wasser nicht mehr halten kann. Wir nehmen mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe 10 Grad bei mir im Fahrzeug und meine Luft besteht aus etwas weniger als 10 Gramm pro Kubikmeter Wasser. Es gibt so Luftfeuchtigkeitsmesser, mit denen kann man das dann entsprechend auch genau messen. Und dann sehe ich hier an dieser Stelle, das ist genau diese 100%-Kurve, wo sich das trifft. Wenn es jetzt noch kälter werden würde, würde dieser Punkt immer weiter nach links wandern und die Luft ist nicht mehr in der Lage, das Wasser aufzunehmen. Das heißt, sobald ich auch irgendeinen kälteren Punkt in meinem Fahrzeug habe, wird sich an dieser Stelle Kondenswasser, dieses Wasser, was von der Luft nicht mehr gehalten werden kann, wird sich absetzen. Und an dieser Stelle habe ich dann wirklich Wasser. Und weil ich diesen Punkt im Van schon hatte, weil jetzt aktuell ist er ja noch nicht gedämmt, möchte ich euch einen kurzen Videoausschnitt zeigen, wo man das exakt so sieht, damit ihr euch da was darunter vorstellen könnt. Weil man das gerade so schön sieht hier im Van, möchte ich euch einmal was zeigen. Der Grund dafür, dass wir alles Blech irgendwie mit Amaflex entsprechend ummanteln wollen, ist das hier. Sieht man das? Sieht man, wie hier überall an der Decke Wasser ist? Ja, jetzt sieht man es auf jeden Fall. Seht ihr das? Das ist dieses Tauwasser, was sich da entsprechend überall niederschlägt. Das ist dieses Kondenswasser, was sich überall an so kalten Bauteilen nach außen niederschlägt. Und da kannst du machen, was du willst. Das wird sich immer niederschlagen, weil die Luft dort einfach dann an der Stelle gesättigt ist, weil es so kalt ist. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Und an diesen kalten Fronten setzt sich dann überall die Feuchtigkeit ab. Und das ist das, was irgendwann zum Problem werden kann. Und deswegen wollen wir diesen Innenraum überall schön mit Amaflex dämmen, weil hier, da schlägt sich das gar nicht wieder. Und selbst an den Stellen, wo man schon weiß, wo das in der Nähe schon ist, auch das macht das schon ein bisschen wärmer. Und dann sieht man, das fängt erst hier so, da so fängt es an. Also das ist entsprechend das Wichtige, warum wir das überhaupt machen mit der Isolierung. Weil ihr wollt nicht die ganze Zeit, dass es von der Decke tropft. Und vor allen Dingen nicht, wenn ihr eben in kalten Temperaturen im Winter unterwegs seid. Und deswegen jeder Winterausbau bitte gut isolieren. Und das ist auch der Grund, warum wir wirklich alles Amaflexen wollen und kein Blech mehr sehen wollen. Weil genau an der Stelle, wo dann ein bisschen Blech zu sehen ist, wird sich diese Feuchtigkeit niederschlagen. Und das wollen wir nicht. Und genau, deswegen alles schön Amaflexen. Und dann fragt ihr euch natürlich trotzdem, wie kommt die Feuchtigkeit denn raus? Weil die Feuchtigkeit ist ja da. Raus kommt die Feuchtigkeit dann immer über die Fenster, über die Ventilatoren. Einmal raus aus dem Fahrzeug. Deswegen muss man ja auch immer gut lüften. Das ist genauso wie bei euch zu Hause im Haus. Da müsst ihr auch gut lüften, damit es nicht anfängt zu schimmeln. Gerade in den Nassräumen wie Dusche etc. pp. Okay, genau. Deswegen, und weil man das hier gerade so schön gesehen hat, wollte ich euch das nochmal zeigen. Wie können wir das jetzt also verhindern, indem wir eben isolieren und die Temperatur im Fahrzeug höher bringen? Das, wenn wir jetzt mal zum Beispiel im Fahrzeug auf 20 Grad heizen, dann sind wir schon nur noch, wenn wir hier so schauen und hier so eine Linie nehmen würden, dann sind wir irgendwo ein bisschen unter 60 Prozent, 55 Prozent Luftfeuchtigkeit oder so. Und da wird sich dann entsprechend keine Feuchtigkeit absetzen. Die Luft behält einfach diesen Wassergehalt, den sie hat. Und das ist auch gar kein Problem. Über unsere Fenster und Luken, die wir haben, können wir ja die ganze Feuchtigkeit auch wieder rausbringen. Sobald es aber quasi irgendeine Stelle gibt, die wieder kälter ist, da kann sich dann wieder, sobald wir unter diese 100 oder über diese 100 Prozent quasi kommen, kann es zu Kondensation kommen. Und das gilt es quasi zu verhindern. Verhindern, das ist so ein bisschen der physikalische Hintergrund. Das dazu und aus diesen drei Gründen dämmen wir. Denn das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn diese Feuchtigkeit nicht mehr aus dem Van rauskommt und sich irgendwo zum Beispiel ans Holz ansetzt und dort schimmelt oder in irgendwelche Hohlräume von unserem Camper reingeht, die vielleicht schon mal irgendwo ein bisschen angekratzt sind, wo kein Lack mehr drüber ist und dann fängt auf einmal unser Fahrzeugblech an zu rosten. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. So, deswegen Wärmeerhalt, Kältebrücken vermeiden, Kondensation verhindern. Und da habe ich jetzt ein Stichwort gesagt, Hohlräume. Und die wollen wir uns noch ein kleines bisschen genauer anschauen. Wie sieht denn das eigentlich aus mit diesen Hohlräumen? Was mache ich mit denen? Denn da gibt es nämlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich fülle diese Hohlräume oder ich lasse sie offen. So, einfachste Lösung. Ich mache einmal rundum einfach eine Schicht aus Dämmmaterial. Bei mir jetzt zum Beispiel das Amaflex und kümmere mich gar nicht um die Hohlräume. Die Hohlräume bleiben einfach so, wie sie sind. Ja, Vorteil. Ich habe jetzt einmal alles rundherum gedämmt in meinem Innenraum. Bleibt fröhlich die warme Luft erhalten. Die Wärme, die wir dort drin haben, bleibt da drin. Alles ist gut, alles ist schön isoliert. Aber in den Hohlräumen, da muss man sich zumindest ein kleines bisschen Gedanken machen. Diese Hohlräume sind ja mit der Außenwand verbunden. Das heißt, hier ist es immer kalt. Und an der Seite, wo unser Isolator dran ist, da ist es immer warm. Und was dort passiert, wenn diese Hohlräume durchs ganze Fahrzeug miteinander verbunden sind, es kommt zu einer Luftzirkulation. Man kennt das ja auch, wenn es so aus so Ritzen zieht. Dort, es wird immer Luft zirkulieren an dieser Stelle. Weil kalte Luft sinkt ab, warme Luft steigt auf. Und so haben wir immer so ein bisschen Zirkulation dort draußen. Wenn wir jetzt irgendeinen Schaden an unserer Außenhöhle haben, dann kann es eben sein, dass über diese Zirkulation Feuchtigkeit durch diese Hohlräume transportiert wird. Und um das zu verhindern, habe ich zum Beispiel in meinem ersten Ausbau diese ganzen Hohlräume alle mit Schafwolle nochmal extra gedämmt. Diese Schafwolle hat quasi verhindert, dass die Luft, die dort drin ist, zirkulieren konnte. Und war natürlich zusätzlich nochmal eine Dämmschicht. Dadurch, dass dahinter, hinter dieser Dämmschicht aber nochmal das Blech ist, ist es halt trotzdem eine Kältebrücke an der Stelle. Die Isolationswirkung ist also nicht so überragend. Aber ich verhindere, dass sich zum Beispiel Feuchtigkeit darüber zirkulieren und ausbreiten kann. Im Fiat Ducato, jetzt beim neuen Projekt, sind diese Hohlräume sehr, sehr klein. Deswegen habe ich diesmal darauf verzichtet. Die Hohlräume bleiben also leer, sodass dort Luft zirkulieren kann. Ich bin mal gespannt, wie sich das am Ende auswirkt. Wenn die Außenschicht aber in Ordnung ist und auch meine Innenschicht sauber komplett einmal rumgeht, dann kommt ja auch keine Feuchtigkeit vom Innenraum in die Hohlräume und von außen sollte auch nichts reinkommen. Von daher sollte es kein Problem sein. Werde ich aber auf jeden Fall darüber berichten. So ganz ideal ist dieses System natürlich auch nicht, denn wir haben natürlich trotzdem Fenster im Van. Wir wollen ja auch rausschauen. Wir haben eine Dachhaube mit drin. Die brauchen wir auch dringend, weil wir müssen ja irgendwie frische Luft rein und die alte verbrauchte Luft, die auch Feuchtigkeit enthalten kann, wieder nach außen bringen. Zum Beispiel mit so einem Deckenventilator. Das ist also schon wichtig. Dieses System wird also nie ideal sein. Das ist keine Frage. Es wird immer irgendwo eine Stelle geben, wo ein bisschen Kälte rein und raus kann. Und auch das Amaflex ist ja nicht vollständig abisolierend, sondern ein bisschen Wärmefluss ist ja immer noch. Das haben wir ja gesehen an den Zahlen. Von daher, das ist natürlich immer, ich erzähle jetzt hier sehr viel Theorie und wie das alles schön sein soll. Je besser man das so hinkriegt, umso optimaler dämmt man. Ich bin trotzdem stark der Meinung, es gibt zum Beispiel auch Camper, die sagen oder die machen, das so, dass sie quasi nur eine große Fläche da irgendwie so ein bisschen Amaflex drauf machen oder irgendein anderes Dämmmaterial. Und das halte ich aber für Quatsch, weil das bringt einem dann irgendwie 20 Minuten längeren Wärmeerhalt, kostet aber wahnsinnig viel Geld und heizen muss ich trotzdem, weil ansonsten an den kalten Stellen habe ich halt diese Kondensation wieder. Das gilt es immer mit zu bedenken. Okay, letzter Punkt, was hat es mit dieser Wasserdampfsperre auf sich? Da geht es darum, dass Feuchtigkeit durch so Isolationsmaterialien eben auch durchgehen kann. Dafür gibt es auch wieder einen Kennwert, der nennt sich Wasserdampfdiffusionswiderstand. Durch Glas und Metall, also durch unsere Außenwand vom Fahrzeug, da kommt zum Beispiel keine Feuchtigkeit durch. Da kannst du machen, was du willst, da kommt nichts durch. Unser Amaflex, auch sehr gute Wasserdampfdiffusionswiderstand, 10.000, über 10.000 sogar. USB-Platten, habe ich euch schon mal gesagt, die sind feuchtigkeitsresistent, die USB-3-Platten. Die kommen aber zum Beispiel nur auf 200 und so geht das immer weiter runter. Und hier habe ich auch nochmal das Kork aufgeführt, denn Kork hat zum Beispiel keine Wasserdampfsperre. Und da sehe ich so ein bisschen das Problem, wenn ich jetzt Kork vollflächig irgendwie in meinem Camper verklebe, diese Hohlräume, die dahinter sind, in denen kann sich dann halt diese Feuchtigkeit sammeln. Klar, sie kann auch wieder auf die andere Seite wieder zurück, aber in diesen Hohlräumen möchte ich eigentlich gar keine Feuchtigkeit haben. Nichts, was da irgendwie zirkulieren kann, irgendwie von der Luft mitgetragen wird. Deswegen habe ich zum Beispiel mich gegen Kork bei mir im Fahrzeug entschieden. Das sind am Ende quasi die Gründe mit gewesen. Also dieser Wasserdampfdiffusionswiderstand. Weil wir sonst Kondensation, Schimmel und Rost haben können durch eben Schwitzen, Atmen, Kochen, Duschen. Alles, wo wir Feuchtigkeit produzieren im Innenraum. Genau. Und wie habe ich jetzt letztendlich meinen Camper gedämmt? Im Prinzip so, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Ich habe eigentlich den kompletten Innenraum gearmaflext, habe die kleinen wenigen Hohlräume freigelassen. Im Video zum Boden habe ich euch schon mal den Bodenaufbau in der Theorie erklärt. Dort habe ich das auch so gemacht mit diesen aufgeklebten Hölzern, damit ich dort irgendwas befestigen kann mit Schrauben. Am Boden 25 mm Armaflex von der Stärke. Logisch, je dicker das Dämmmaterial, umso besser die Isolationswirkung. Deswegen am Boden 25 mm Armaflex und nochmal 20 mm XPS für die warmen Füße. Da habe ich im Bodenvideo erklärt, wieso, weshalb, warum. Und an den Seitentüren dort 19 mm Armaflex. Und diese ganzen Stöße, damit wir eben diese Dampfsperre haben und nirgendwo irgendwo was durch kann, die habe ich dann alle nochmal mit dem 3 mm Armaflex Tape überklebt. So, das ist quasi der Aufbau. Und jetzt seht ihr schon, Armaflex XG habe ich geschrieben. Warum spezifiziere ich das so? Weil es verschiedene Armaflex gibt. Es gibt natürlich verschiedene von diesen Kautschuk-Isolatoren. Ich finde, dass diese Kautschuk-Isolatoren die beste Möglichkeit sind, um günstig in einem Camper zu isolieren, sehr gut zu isolieren, ohne dass ich nochmal eine zusätzliche Dampfsperre brauche. Weil wenn ich jetzt Kork zum Beispiel mache, ich könnte das machen, dann brauche ich aber irgendwo noch eine Folie oder sowas, die zum Beispiel als Dampfsperre dann dient. So, zurück zum Armaflex. Bei Armaflex gab es früher das ACE. Das hat keine Zulassung mehr für Innenräume. Es wird auch nicht mehr hergestellt. Die haben das aus der Produktreihe genommen. Es existiert immer nochmal so ein bisschen. Was ich gehört habe, es ist keine eigene Erfahrung, ist, dass es so ein bisschen ausdampft und man das irgendwie riecht. Weichmacher irgendwie frei werden. Das Armaflex XG, generell dieses Armaflex, das kommt aus der Isolationsbranche. Also geht es um Kälteisolation. Das ist eigentlich nicht für Camper gebaut gewesen oder so, aber es eignet sich halt wahnsinnig gut dafür. Das Armaflex XG halte ich für das Optimum aus Preis und Leistung. Das ist auch entsprechend so zertifiziert, dass da nichts ausgas und ausdünstet. Ich habe da auch in meinem ersten Ausbau, war ich super zufrieden damit, kann man bedenkenlos kaufen. Ich habe euch mal den Preis dazu geschrieben, für das 19 mm dicke, selbstklebende. Und eine Rolle ist da 6 Quadratmeter, damit man das so ein bisschen einschätzen kann. Es gibt auch noch eine teurere Version von Armaflex. AF heißt das Ganze dann. Das ist mit Mikrobandschutz gegen Schimmel und Pilze. Hat aber eher sowas aus der Lebensmittelbranche. Da wird es verwendet. Weiß ich nicht, wenn man das Geld extra hat, kann man das vielleicht noch mitmachen. Kflex ST ist eine etwas günstigere, günstigmarke, sage ich jetzt mal. Hat aber zumindest von den Eigenschaften und den Kennwerten die selben Werte. Könnte man also auch verbauen. Im ersten Ausbau hatte ich davon auch eine Rolle mit dabei. Habe keinen Unterschied feststellen können. Neu ist dieses Venue. Da machen alle Camper-Channels gefühlt gerade Werbung für. Ich habe mir das angeschaut. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, mich hat es nicht überzeugt, weil es hat dieselben Kennwerte wie Armaflex. Es besteht aus demselben Material. Es hat wirklich auch dieselben Werte für die Temperaturhaltbarkeit. Das ist übrigens auch nochmal so ein Punkt. Armaflex geht nur bis 85 Grad und bis minus 50, glaube ich. Das sind so die Haltewerte, weil dieser Kleber sonst sich löst. Das heißt, die Decke sollte zum Beispiel nicht zu warm werden im Sommer. Das ist ein Punkt. Ich hatte es aber ja auch schon im alten Fahrzeug. Da war es auch kein Problem. Von daher mache ich mir da keine Gedanken. Und da hatte ich sogar Solarpaneele verklebt oben auf dem Dach. War trotzdem kein Problem. So, zurück zu dem Venue. Genau, also mich hat es nicht überzeugen können, weil das macht so ein bisschen den Anschein, hey, wir produzieren das in Deutschland und hier made in Germany und speziell für Vans, für deine Luftgesundheit. Es hat aber dieselben Inhaltsstoffe. Es besteht aus den selben Sachen. Also weiß ich nicht, ob ich da jetzt nochmal 30 Euro fast mehr bezahlen muss für pro Rolle. Vielleicht habt ihr super Erfahrungen damit gemacht. Dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich konnte keinen Unterschied entsprechend da feststellen. Und Amaflex hat zum Beispiel auch ein Werk in Deutschland. Aber sind wir ehrlich, woher kommt das Öl, aus dem das gemacht wird? Das wird sicherlich in Deutschland gefördert und das wird sicherlich auch Venue nicht in Deutschland fördern. Aber überzeugt mich vom Gegenteil. Ja, das sind die Preise dafür. Und jetzt interessiert euch natürlich noch, wie viel hat das denn Ganze bei mir gekostet und wie viel braucht man für so ein Fiat Ducato L5 H3? Da sind die nackten Zahlen. Ich habe quasi acht Rollen gebraucht insgesamt und nochmal acht Rollen von dem Tape und ein Keramikmesser habe ich mir noch dazu gekauft, denn damit lässt sich das super geil schneiden. Keramikmesser, da sind wir jetzt schon beim Thema. Jetzt geht es endlich in die Praxis. Ich weiß, ich habe wieder viel erzählt, aber ist halt auch ein bisschen Gehirnschmalz, muss man sich in diese Dämmung schon reinstecken. Wenn man Bock hat, so wie ich, den ganzen Spaß dann irgendwann mal bei minus 20, 30 Grad in Skandinavien auch durch die Gegend zu kutschieren. Von daher, jetzt viel Spaß mit dem Praxisteil. Bringen wir das Ding endlich ins Fahrzeug. Wenn ihr euch auch für das Amaflex XG entschieden habt, dann gibt es das in zwei Ausführungen. Einmal selbstklebend und einmal müsst ihr den Kleber quasi noch mit dazukaufen und ranbringen. Ich würde euch auf jeden Fall das Selbstklebende empfehlen. Das geht so viel einfacher. Und ist vollkommen stressfrei. Dann braucht ihr auf jeden Fall ein Keramikmesser. Irgendwas zum Anzeichnen. Eine richtig große, lange Schiene. Eignet sich sehr gut dafür, um dann das Messer dort entlang zu führen. Diese Keramikmesser wären recht schnell stumpf. Kauft euch da ein günstiges und verwendet es nie wieder, weil danach, wie gesagt, wird es stumpf sein. Denn ihr werdet verdammt viel schneiden müssen. Man versucht natürlich, die Flächen so groß wie möglich zu halten, um das Amaflex dann quasi direkt von der Rolle in großen Bahnen anzubringen. Aber sobald es dann an die Ecken und Kanten geht, kommt ihr nicht drum rum, das wirklich kleinteilig zusammenzuschneiden. Je weniger Schnitte ihr machen könnt, je weniger Übergänge, umso besser. Denn umso weniger von diesem Amaflex-Tape braucht ihr dann auch, um die Übergänge nahtlos abzuschließen. Beim Anbringen der großen Bahn lohnt es sich zu zweit zu arbeiten. Einer, der die Bahn festhält und der andere, der die Folie hinten abzieht, der den Kleber dann freisetzt. Und dann arbeitet man sich von einer Seite zur anderen und drückt auch die Luft daraus, damit dann nichts darunter eingeschlossen ist und arbeitet die Kontur des Fahrzeugs schön heraus. So, in unserem aktuellen Ausbau-Zwischenstand zeige ich euch mal ein bisschen das Setup, mit dem wir hier eigentlich ausbauen. Denn es sind ja, draußen ist es ja immer ein bisschen kalt, deswegen muss man sich ja immer ein bisschen was überlegen. Und ihr seht, das Amaflex kommt ja gerade erst hier an die Wände ran. Und nur, dass ihr das mal gesehen habt, damit wir es so halbwegs warm hier drin haben und das Amaflex auch hält, das braucht ja auch eine gewisse Temperatur, damit der Kleber hält, haben wir einen Heizstrahler reingestellt, der das Ganze zusätzlich einfach nochmal ein bisschen warm macht. Vor allen Dingen halt auch diese Außenhaut vom Van, wo das Amaflex jetzt rankommt. und eine fette, fette Funzel da im Hintergrund. Deswegen ist es, glaube ich, auch so besser. Dann sieht man mich auch so ein kleines bisschen. Die GoPro ist immer schön am Mitfilmen, dass wir am Ende eine schöne Timelapse haben und ihr auch ein bisschen was seht. Und Janina ist hier super fleißig da unten am Amaflex. Und wir haben gerade schon eine komplette große Rolle Amaflex hier ran gemacht. Und der Vorteil natürlich, wenn man das nicht aus kleinstückigen Sachen macht, ist, dass man nicht die Stöße nochmal überkleben muss. Weil man will ja, dass alles, diese gesamte Fläche quasi einmal sauber abgeschirmt ist mit Amaflex, die sogenannte Dampfsperre, die wir da aufbauen wollen, dass halt keine Feuchtigkeit raus kann und auch keine Feuchtigkeit rein, zumindest hinter das Amaflex. Genau. Und hier an die Fenster, da machen wir das dann so, der hintere Part wird ja später gefilzt und der vordere Part, der kriegt so eine Holzverkleidung. Diese Holzverkleidung, die hier dann vorne ist, die geht dann quasi bis hier ran und lässt dann nur das Fenster frei. Und auf der anderen Seite, also da, da werde ich dann den Rahmen, der ist jetzt noch gar nicht dran, aber den Rahmen machen wir jetzt gleich dran und dann filze ich quasi bis hier hin und dann kommt der Rahmen drauf und dann sieht das so aus, als wäre es quasi bis dahinter gefilzt. Weil der ganze hintere Part, das wird alles gefilzt, 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 gefilzt. Und hier kommt dann wieder Holzverkleidung, da kommt Holzverkleidung, da wird verfilzt und hier die Zwischentrennwand, die muss ich auch noch reinbauen. Je nachdem, wann das Video rauskommt, kann es sein, dass die auch irgendwie schon drin ist gerade, aber jetzt ist sie auf jeden Fall noch nicht drin. So, dann machen wir mal weiter. Da stehen die nächsten Amaflex-Rollen und Janina wartet auch schon, dass ich endlich weiter machen kann. Genau, denn es gibt noch verdammt viel freies Blech im Van, was hinter Amaflex verschwinden muss. Eine so eine schwierige Stelle ist hier der Radkasten zum Beispiel. Dort habe ich eine Geradebahn von unten her angesetzt und dann bilden sich zwei so Taschen, da der Radkasten ja so gerundet ist. Die schneidet man dann entsprechend auf, so dass sich kein Amaflex mehr überlappt und die Stöße kann man dann mit diesem Amaflex-Tape überkleben, so dass man dort eine durchgängige Schicht hat und keine Stellen offen bleiben, wo ich ans Blech komme. Weitere schwierige Stellen sind natürlich die Türen, denn die müssen auch exakt angepasst werden, so dass sich erstens die Tür schließt und zweitens noch so eine große Lücke ist, dass ich am Ende auch noch darüber filzen kann. Auch hier muss man spezielle Sachen ausschneiden, so Türgriffe, irgendwelche Anschläge. Da gibt es aber eine ziemlich gute Technik, wie man sich das vorher anzeichnen kann, nämlich packt man so ein bisschen Kreide auf die Kanten der auszuschneidenden Flächen, drückt dann das Amaflex von der anderen Seite einmal drauf, wo die Klebeschicht ist und dann sieht man das hier ganz gut, ist das sehr gut erkennbar, wo man was ausschneiden muss. Im Bereich zum Fahrerhaus ist ja jetzt schon eine Trennwand drin, da kam das Video ja entsprechend raus, da habe ich meine Gründe erläutert, warum ich das wie ausgebaut habe und warum ich auf der einen Seite dort Tapete dran habe. Deswegen habe ich es von der anderen Seite her gefilzt, also Richtung Fahrerhaus, das sieht man hier an der Stelle einmal. Ein Tipp noch für alle, die mit Unterkonstruktionshölzern arbeiten, um dort später eine Wandverkleidung anzubringen oder ähnliches. Ich habe es versäumt an ein, zwei Stellen, das vor dem Amaflexen zu machen und war dann so, oh verdammt, ich müsste da eigentlich noch ein Holz anbringen und das habe ich dann so gelöst, dass ich die entsprechenden Stellen des Amaflex noch mal ausgeschnitten habe, mir einen Spachtel geschnappt habe, das so ein bisschen freigekratzt habe, dass ich noch mal mit Sikaflex 554 diese Konstruktionshölzer an die Wand kleben kann und das hält wirklich auch bombenfest, das hat super funktioniert und kann ich entsprechend weiterempfehlen, sollte man das vergessen haben. Dann ist es jetzt Zeit, euch ein kleines bisschen alleine zu lassen mit ein paar Timelapse-Aufnahmen von den restlichen Dämmausbauten. Bis zum nächsten Mal. 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 Hier ist gerade ein schöner Punkt, um mal ein bisschen was zur Decke zu erklären. Ihr seht, ich habe hier überall Hölzer oben dran verklebt und zwar mit Sikaflex 554. Supergeil, weil hier an das Teil, da kann ich mich ranhängen, das kriegt man nicht mehr ab. Ist natürlich auch ein Nachteil, falls man es irgendwann mal wieder abmachen möchte, aber habe ich ja nicht vor. Das ist quasi die Konstruktion, an der ich meine ganze Decke befestigen möchte. Genauso wie wenn man irgendwo an der Seite noch was festmachen möchte. Da seht ihr, habe ich hier auch Hölzer mit angebracht. Die Hölzer sind auch dafür da, dass ich dann später hier so eine Holzwand noch anbringen kann, die dann die Küche sauber abschließt. Das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Die Hölzer sind jetzt natürlich direkt auf das Blech aufgeklebt. Das heißt, ich habe da keine Chance mehr Armaflex drunter zu bekommen. Deswegen habe ich hier so Armaflex Tape genommen. Hier hinten seht ihr schon, die ganze Fläche ist jetzt schon Armaflexifiziert, wie ich es nennen möchte. Und so mache ich das dann hier auch überall. Also auf das Holz drauf kommt nochmal diese dünne Schicht Armaflex Tape. Warum? Um diese durchgängige Dampfsperre zu erhalten, dass eben keine Feuchtigkeit irgendwo aufs Blech kommt. Das ist mir von dem Konzept her, wie die Dämmung ist, einfach extrem wichtig. Ich möchte nicht, dass sich da Kondenswasser irgendwo sammelt oder bildet. Deswegen dieses Armaflex Tape. Genau. Und so wird jetzt sehr langsam, langsam der Van komplett Armaflexifiziert und es ist kein Blech dann am Ende mehr da. Und dann können wir so richtig mit dem Innenausbau starten. Und damit geht es auf die Zielgeraden. Die letzten Flächen werden schwarz gemacht und gedämmt. Das Armaflex ist dann überall im Van und wir haben fast diese durchgängige Dampfsperre überall erreicht. An dieser Stelle möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben. Man hört ganz gerne mal noch von Alu-Butyl. Das ist eine Antidröhnmatte, die ebenfalls an diese großen Flächen im Fahrzeug angebracht wird. Hat nichts mit Dämmung zu tun, sondern diese Antidröhnmatten sollen verhindern, dass das Blech anfängt zu schwingen und ihr während der Fahrt laute Geräusche im Fahrzeug habt. Erstens habe ich eine Trennwand drin, von daher interessiert mich das sowieso nicht. Aber selbst wenn man das Ganze offen hat und ihr alles Armaflext, ihr braucht das nicht. Kein Alu-Butyl zusätzlich noch mit ranbringt, das ist schwer, das kostet Geld. Lasst es einfach bleiben. Dieses Armaflex hat mindestens dieselbe Antidröhnwirkung. Also darauf könnt ihr gut und gerne verzichten. Und damit soll es das jetzt auch mit dem Thema Dämmung gewesen sein. Waren super viele Informationen. Ich hoffe für euch waren nützliche Sachen mit dabei. Wenn ihr weiter über das Thema diskutieren wollt, dann gerne unten in den Kommentaren. Jetzt bin ich euch noch eine Antwort schuldig, nämlich warum stehe ich eigentlich diesmal nicht vor dem Van. Das liegt daran, weil er gerade gar nicht da ist, sondern er ist beim Folierer. Wir werden den Van voll folieren. Super gespannt schon, wie es aussieht dann am Ende. Das Resultat, ich durfte schon ein bisschen mitfilmen und mir das Ganze anschauen, wie es am Ende aussehen soll. Es wird richtig cool. Da könnt ihr euch auf jeden Fall in der nächsten Episode drauf freuen. Und dann sage ich, vielen Dank fürs Einschalten. Geht raus, bleibt sauber, wascht euch die Hände und always keep exploring. Ciao.